auf auf immer schön den stollen rauf schönste luft heute das ist eine rekordzeit auf zur kreuzbuche so eine accarei nur für eine minute abfahrt da ist der raderturm oder der alte funkturm so kurde und ich klappstuhl die erste da geht es schon gleich in die eisen hier oi 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 das ist schon so oh gott ist das hier auch richtig? ja geht so aus so 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 da wärs auch hochgegangen ja so 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 dann halt so ein beinbruch so ein beinbruch das erste mal hier lang wo es uns hinführt so ein beinbruch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Das muss man sich ja mal angucken. Auf jeden Fall muss man gleich hinten an den Anker schmeißen. Hier ist ein kleines. Lässt das ja auch noch aus. Hier ist auch noch ein kleiner. Uiuiuiui! Respekt! Ei! Hier sind wir noch nie lang gefahren! Das hätt man früher wissen sollen. Der kleine hier ist ganz locker. Der kleine immigration war auch gleich. Da ist gegessen wie da der Großkrank. Riesen Anlieger! Aber da ist noch ein Gap hier, Baby! Ballen die gucken, den hab ich mal ganz gemütlich gesehen. Ich denke, den nehm ich mit für mich jetzt mal Macher estou! Du kannst ja unten hier gleich kurz vom nächsten Mal abbremsen. das machen wir. Knochen noch eiskalt und steinhart, aber egal, wir schieben mal das Ball wieder hoch. Hier kannst du gerade rauf. Das war ein kleiner, ne? Guck mal, wir fahren. Ja. Dann werden wir sehen, ob der Schöpfer hat. Sehr schön. Na, hat er mitgenommen. Ja, das war gut, hier hättest du auch locker nehmen können. Ja, den da hinten auch, glaube ich. Ja, ey, waren wir ein Jahr im Wald unterwegs und sehen sowas nicht. Willst du weiter? Ja. Ja, also willst du weiter vor? Ja, richtig gut. Da unten können wir schön neben den Sprung. Also, jetzt ist es auf jeden Fall, hier kommen wir wieder. Ja, schön. Da hat sich das Hochschrampinger schon wieder echt belohnt. Upa. Das ist das Spitz, wenn man es noch nicht kennt. Auf jeden Fall ein bisschen schnell. Schnell und eng. Spuren. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Menge Spatz. Ui. Woppa. Ja, beim nächsten Mal. Sehr schön. Wo sind wir jetzt hier? Ja, sehr schön. Also, das war nicht das letzte Mal hier oben. Alter. Oh, der Mitte war da. Ich meine, der große da fliegt sich immer gut. Puh. So, jetzt nochmal drei Eichen hoch. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich denke, ich warte hier unten auf dich. Ich denke, ich warte hier unten auf dich. Oben, gleich. Drei Eichen hoch. Wir sind voll im Arsch. Hab ich will jetzt. Fahren ist nicht mehr. Ach, hier muss ich kratzen bergab auf. Oh Gott. Ne Bank. Ne, das ist einfach mal links liegen. Warum ist es eben? Ja. der schiebst du hoch, jetzt rollst du wieder runter gleich fährst du wieder hoch hoffentlich, für heute, danach gehts noch bergab die sahen mal gut aus da geht das vorderrad hoch naja und so weiter, fast geschafft jetzt gehts ab richtung heimat ja, herrlich go danke imdu go 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 Oh, 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 oh. Wow! und wir gehen zu schalten Alter, fertig wie 10 Meter. Ui, umschleicht. Ui. 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 So. Alter, mir geht nur die Kraft unterwegs aus. Mir auch. Ich konnte nicht mehr. Schöne Grüße, Georgi. Schöne Grüße. Du und Lars. Dann mal. Holz und Ballbruch. Jo, danke. 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 泥 zur Flur. Tule. D Schöne Grüße. Ta. Das ist ein bisschen zu verabschieden. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, zu schnell! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Grüß dich! Georgie!